So, wir haben ja gesagt, wir schauen uns das jetzt an. Gehen wir es mal an. LKW-Manager. Ganz klar, wie die meiste Strecke. Startlostäglicher Profit, die nehmen wir schon ganz schön ein. Bin ich schon sehr zufrieden. Der ist gerade 4.000 km. Der hat schon eine Wertung von 4,2. Hier dann einfach ein 1,7. Beide haben einen Aufflieger mit. Aufflieger-Auslastung auch super. Da kann man gar nichts drüber reden. Gut, Fahrer-Manager, das haben wir eigentlich auch jetzt schon gesprochen mit den Dings. Garage-Manager ist dann auch klar. Ich würde sagen, wir brauchen wir nicht LKW-Händler. Auch nicht, was ich schauen bin. Können wir dann... Oh, jetzt Zement. Und dann die harten Dinger, die Riesendinger, die wenn man irgendwann, wenn man so ein Auffangt. Aber das wird dann noch ein bisschen dauern. Gut. Garage kaufen brauchen wir nicht. Mehr Kaufmanager zu haben. Ähm. Wir brauchen noch die Bank. Rückzahlen. Also ich glaube, wenn wir diesen Auftrag erledigt haben, können wir uns echt schon überlegen. Und dann wieder einen neuen LKW zu kaufen. Auftrag sieht jetzt so aus, vorsichtige Ankunftszeit 21.30 Uhr, was aber nicht stimmen wird. Denn wir müssen auf jeden Fall noch einmal stoppen. Das war genau in 10 Stunden. Jetzt werden wir mal entspannt fahren. Was ich jetzt nicht nachgeschaut habe. Moment. Schaut, ich wollte es... So. Wir haben auch gesehen, wir sehen uns auch hier. 9.300 Kilometer schon mit dem LKW gefahren. Das ist natürlich eine super Leistung. Und da Marie. Wahnsinn, fast schon 10.000 Kilometer zurückgelegt mit dem LKW. Oh, ich weiß, was ich schauen wollte. Ja, also Wien-London war jetzt eindeutig das weiteste. Bin jetzt gespannt, ob wir das dann nochmal toppen. 8 von 13 Ländern haben wir besucht. Na gut. Also wir sehen schon. Wir machen uns hier einen Namen. Das wahrscheinlich wird das jetzt unsere längste Fahrt werden. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sonst geht es voller Kraft vor aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Auf Köln nicht lege. Sohn. Sonnenschein geht da ganz hinten schon auf. Da haben wir angehalten. Grenze zu Deutschland. Soll uns aber nicht stören. Duisburg gehts nach rechts, Köln-Dortmund gerade raus, das ist auch unser Weg, wohin wollen. So rechts rüber mit uns. Frankfurt 263 Kilometer. So rechts rüber mit uns. So rechts rüber. Gut, Sonnenstrahlen, Richtung Sonne geht es unterwegs, zwischen 10 und 11 machen wir unsere pausen Anheim, Köln, Köln, Köln vor allem, Köln-Süd, Dortmund-Frankfurt, vor allem Frankfurt, Riechstest. Da muss er sich dann noch anzwängen. Old Pesud, von uns, wir fahren zu schnell hier in Deutschland. Meine Kleine, das ist von mir. Im LKW, der schläft ja mal hinten. Machen wir das. Kann einer runter? Sehr schön. 155 noch. Einmal Fragen, Furz. Frankfurt haben wir dann ungefähr die Hälfte. Da haben wir dann die Hälfte so ungefähr. Da haben wir dann die Hälfte so ungefähr die Hälfte.